Ja, 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 ja Nein, 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 es rückt auch nur der Schein Ja, 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 es ist nicht alles, was glänzt Nein, 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 es rückt auch nur der Schein Einen schicke Illustrierte sah ich neulich an Hundert hübschen, junge Mädchen und drei als gemein Alle Waren, riecht und ruhig, zauberhaft und süß Doch die Preise aus Scheibenlösung, diese Schattung ist Weiß nicht gleich in jedem Apfel, er könnte sauer sein Denn auf roten Apfelbäckchen fällt man gleich herein Küss nicht jedes schöne Mädchen, das kann gefährlich sein Denn auf roten Apfelbäckchen fällt man gleich herein Ja, 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 es ist nicht alles, was glänzt Nein, 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 es rückt auch nur der Schein Ja, 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 es ist nicht alles, was glänzt Nein, 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 es rückt auch nur der Schein Danke mir!